Und wir machen weiter mit zehn weiteren Leveln. You sure it's hard training? Okay, bum bum, komm her. Komm her zu Toad. Du kommst auch nicht mehr hoch? Nope. Dafür sorgen wir. Können wir die töten? Ich denke, wenn wir perfekt reinkommen, können wir die töten. Wollen wir damit boosten oder so? Sehr gut. Perfekt. Und die sind dann auch so tot. Sehr schön. Oh mein Gott. Nein. Und da killt mich der andere Schuh. Ja, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Und Hanni. Gute Abend. Können nicht zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, der 40er Serie ist mega heftig. Das ist krass. Und. Und. Und Pascal. Vielen, vielen Dank für zehn Monate. Dankeschön für zehn Monate Sub. Und guten Abend. Willkommen im Stream. Ähm. 18 Sekunden. Okay. Ein plötzlich fallender Trump. Wo ich nix gegen machen können. Das ist gemein. Das ist gemein. Äh. Ich. Ich hab's geahnt, als ich, als ich hier drauf war. Jawoll. Hier geht's aber mal oben rum. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Ist das der Death Exit? Oh ja. Die Lücke ist definitiv nicht umsonst da. Eigentlich müsste hier der Exit sein. Ja. Oh mein Gott. Das war sogar so beabsichtigt. Und. Noch ein Japaner. Hier sind man. Hier sind so viele Japaner Level. Das ist. Krass. Zwei Minuten fünfzig. Na gut. Ab und zu ein längeres Level ist schon. Ist schon okay. Würde ich mal so sagen. Ähm. Äh. Den hätte ich ganz gerne behalten eigentlich. Ähm. Der kriegt den anscheinend immer. Alles klar. Und. Pascal hat ein Level. Oh. Vor zwei Tagen habe ich ein Expert Endless. Habe ich ein Level von ihr bekommen. Ähm. Der kriegt den anscheinend immer. Ähm. Ich hoffe das ist jetzt nicht genau das. Aber wir werden's. Wir werden's sehen. Falls doch. Dann. Dann. Spiel ich ein anderes Level. Später erst. Wie meinst du? Was meinst du mit später erst? Soll ich's noch nicht direkt spielen? Äh. Vorher Blumen. Oh. Okay. Bau so. Nein. Zeig mir nicht, dass wir den hier brauchen. Zeig mir nicht, dass wir den hier brauchen. Aber ich glaube schon. Okay. Brauchst du nicht sofort spielen? Okay. Dann mach ich's noch der. Nach der Session. Nach der Session. Also nach dem nächsten 10er Pack. Genau. Ja. Bauer. Arme tot. Oh. Der arme tot. Okay. Was zur Hölle? Ich seh halt nichts. Was ist das denn für ein Rotzlöffel wieder? Oh mein Gott. Hm. Oh mein Gott. Ich hab das Gefühl, ich muss da oben raus. Was geht? Theoretisch geht das. Okay. Wir probieren mal was. Wir probieren mal was. Weil ich da halt schon echt gut sein muss auch. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Okay. Ich schlafe öfters mal abends ein. Beim Schauen der Streams. Ist immer wieder super, wenn das Handy am nächsten Tag kein Akku mehr hat. Oh ja. Das ist tatsächlich normal dann. Okay. Achtung. Oh ja. Okay. So haben wir den Cheese gefunden. Das ist die Frage. Äh bum bum. Ähm. Ich brauch dich. So haben wir den Cheese. Wir sind, wir sind Ziel-Screen. Und der Typ hat definitiv nicht daran gedacht, dass man da sich hochpomben kann. Ja hier ist der Bowser. Oder musste man das so machen? Ey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ja, wenn ich das jetzt viel so sehe mit dem Gegner-Gespammer hier noch. Andererseits, man bekommt ja viele Sterne, ne? P-Plus von Muschi-Buschi. Muschi-Buschi. Okay. Cool enough. Ähm. What the f- Fuck. Okay, wie hat er sich das jetzt vorgestellt? Muschi-Buschi. Warte, ich kann hier oben rum. Ähm. Ich denke, ich muss hier rein. Ja. Okay. Oh, hier ist schon das Ziel. Hier ist schon das Ziel. Okay, nice. Passt. Das passiert mir auch. Die sanfte Stimme halt. Ja, ich brille ja auch nicht rum, ne? Trotzdem will ich eigentlich natürlich nicht so super lange spielen. Okay. Also 0 Uhr soll eigentlich schon eigentlich die absolute Grenze sein. Na gut, gestern haben wir bis 0.30 Uhr gestreamt, ne? Das ging ja, ne? Das ging ja. Oh, das sind natürlich Blöcke. Okay. Welches Level hattest du in Endless Expert? Ähm. So ein Rhythmus Level. Genau so ein Rhythmus Level war das. Ich hab mich richtig scheiße angestellt. Das darf man eigentlich keinen zeigen. Ähm. Oh mein Gott. Äh. Ich hab den Powerblock. Das ist gut. Theoretisch ist hier noch ein Powerblock. Ja, nehmen wir doch den. Warum nicht? Als deiner älteren. So. Hab's dann auch für Dark aufgenommen. Oh, jetzt braucht man hier den, den, den. Jetzt muss man hier einmal den, den Peace Switch werfen. Äh, also öfter. Okay, das ist, äh, blöd. Aber man kriegt hier neue. Warum auch immer. Rhythm and Fortress. Ja. Das ist es. Hm. Okay. So, wir haben noch zwei Powerbrücke. Das sollte eigentlich reichen. Eigentlich. 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 Ich glaube das war gestern. Oder vorgestern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ein, ein komisches Level hier. Und eventuell war's sogar geplant in die Röhre zu gehen. Weil da war ja eine grüne Röhre. Eventuell hab ich auch das wieder ein bisschen anders gelöst. Na gut. Man erkennt mich. Ja, man musste die Röhre. Weil sieben Sekunden Weltrekord. Das ist schon... Ja, da spricht viel dafür. Höchsttüner sind nicht so toll. Zum Einschlafen. Nee. Kann ich auch überhaupt nicht einschlafen. Nee, es geht gar nicht. Ja, nee, die Kuperlinge Boss Rushers. Nee. Also... Vielleicht mal, wenn... Wenn der Rekord bei drei Minuten liegt. Dann mach ich's vielleicht einmal. Mal, wenn der Rekord schon bei über... Wenn er schon bei knapp fünf Minuten ist. Was der... Fuck. Okay, ist... Ist jeder Gang einzigartig? Oh ja, tatsächlich. Warum seh ich das immer häufiger? Weil man halt auf Expert... Dass halt jeder Raum hier anders ist. Das ist nicht gut gebaut. Äh, ich brauch ein Dribble Jump, oder? Ja. Why? Wir können das auch mit dem Pound Block machen. Alles klar? Ja, nee, das ist... Das ist Schmutz. Geht mein Handy alleine aus, wenn ich den Stream anlasse? Äh... Kommt immer drauf an. Also, wenn ich den Stream... Anlasse, wenn ich schlafe, dann... Bleibt das halt an. Bis halt der Akku leer ist. Genau. Aber an sich geht das nicht aus, wenn... Wenn ein Video läuft, oder wenn ein Stream an ist. Hm, hm. Aber ich denke, man kann das auch theoretisch einstellen in den Energieoptionen. Dass das dann doch, äh... Dass das dann doch so ist, dass es irgendwann ausgeht. Ich kann mir nämlich sehr, sehr, sehr gut, äh, vorstellen, dass das schon geht. Dass wenn man, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang... ... quasi nichts eingegeben hat. Weil, je nachdem, was man halt... ... angibt. Äh... Dass dann halt der... ... Bildschirm ausgeht und so. Müsste eigentlich gehen. Und... ... ein Prost von Markus. Oh, nörd, ich dachte kurz, das ist ne Falle. Aber, ne. Vom Glück keine Falle. Das war die Falle. Ja, gut. Den Stern kann ich auch mitnehmen, ne. Stern nehme ich mit. Und Mario darf wiederholen. Der gute Mario. Let's go. Okay. Ja, links oder rechts? Äh, wir gehen mal rechts lang. Ah, ist wahrscheinlich falsch, oder? Nein, ist richtig. Okay. 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 Das war cheese. Oh mein Gott. Ah, nicht schon wieder so ne blöde Falle. Aber ich komm hier raus, oder? Sag mir, dass ich hier rauskomme. Oh mein Gott. Okay, das ist fair. Das ist fair. Mein Handy erkennt sogar, ob ich das ansehe. Und in dieser Zeit bleibt das an. Ich würde das dann erkannt. Mit, mit der Kamera, oder wie. Ähm. Ich will hier. Ich will hier direkt rein. Geht nicht direkt. Irgend mit dem Spin Jam. Aber er geht auch nicht. Ich will hier nicht. Hm. Oh Gott. Näh. Dass das nicht geht, ne? Äh. 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 Oh, schade. Äh. 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 Ja gut. muss aber irgendwie gehen hört man auf einmal auf die sachen rumzuschmeißen er muss halt eigentlich die andere richtig ich muss quasi den perfekten trampolinsprung machen also wie hoch komme ich mit einem wie hoch komme ich mit einem trampolinsprung okay ich muss quasi wenn das trampolin hier in der lücke ist muss ich quasi drauf springen okay es müsste gehen ich brauche genau das richtige timing dafür oder geht es zu kurz sogar schon okay oh mein gott gemein ich kann mir vorstellen dass das ein defekt gibt weil die die röhre ist ja nicht umsonst da ich könnte hier richtig mal nachgucken nee das ist eine tote röhre okay dann hat er den sprung doch geschafft okay ja gut immerhin das ist schon gemein die crater sind sie sind alle fies und gemein sind da nicht überall unsichtbare blöcke oh mein gott come on manchmal funktionieren diese speedrun sachen nicht jetzt werde ich geraffaelt auch noch oh mein gott wie es mario höll auf ich kann mit dem spin jump drüber das muss ich wahrscheinlich auch machen das mache ich auf jeden fall mal ja gut war ich mir den einen mancher sprung vip on and off okay ich dachte mir bekommt drei leben aber gut kann ja drei leben zu beginnen ja mario nicht sterben bisher noch nichts aufregendes das ist ziemlicher standard noch ist der grund nicht ersichtlich warum das auf expert ist ich bin mir sicher dass der grund gleich kommen wird da kommt bestimmt noch irgendetwas schwieriges ja den cooper will ich weg machen genau ja gut diese abzone und diese abzone ja das könnte der grund für super expert sein da haben viele spieler probleme warum auch immer und hier sind die drei leben sehr gut ich glaube den panzer sollen wir gar nicht haben aber wir haben ihn ja jetzt okay jetzt jetzt muss man hier ein bisschen mehr timen damit wir hier nicht runterfallen ähm ok theoretisch kann ich auch oben drüber weil das ist glaube ich nicht so sinnvoll oh mein gott ist das eine bonusröhre ich weiß nicht nein das ist nicht gut das ist nicht gut ähm ja ich bin tot ah schade jetzt wurde ich dafür bestraft dass ich zu gut gespielt habe und den panzer beibehalten konnte das ziel müsste eigentlich schon vor meiner nase sein ja leider leider ich hätte den panzer nicht mitnehmen dürfen das war der fehler aber ja war an sich ein bisschen langweilig ne tape weil mir nennt es das vip on und off ne 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 und damit haben wir die session geschafft na gut ne gut